Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und ich habe die Box mal aus dem Karton rausgenommen. Und zwar geht es heute um die Pinkbox im März. Und wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Pinkbox wird mir in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Deswegen ich auch eine Box an einen von euch verlosen darf. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Genau, wir haben hier The Future is Female als Motto auf dieser Glaskugel stehen. Und das heißt, ja, die Zukunft entweder aufgrund von die Zukunft, weil die, der Artikel, ist weiblich oder wie auch immer man sich das dann ausmalen mag. März ist der Tag des Weltfrau-, äh, der Tag, der Monat des Weltfrauentages. Deswegen sind gerade diese ganzen Beautyboxen jetzt auch sehr darauf erpicht und so ein bisschen, wir Frauen sind geil, Mut reinzuhauen. Finde ich eigentlich ganz nice. Wir hatten auch hier so einen Flyer mit drin, Augen auf, es haben nicht alle Produkte in die Box gepasst. Denn wir haben hier auch immer das gleiche Format, ne? Immer die gleiche Größe. Und wenn dann von den fünf Beautyprodukten, die normalerweise enthalten sind, in der Beautybox, die monatlich erscheint und ab 13,45 Euro kostet, dann irgendwas, ne? Wenn da so ein großes Ding mit dabei ist, wie zum Beispiel diese Ebelin Haarbürste, dann passt die halt nicht mehr mit rein, ne? Genau, das ist eine Haarbürste, die ist vegan, das ist eine Pflegebürste, ultimativer Glanz, optimale Pflege und 100% vegan. Ich wusste gar nicht, dass Ebelin auch so in diese Richtung Produkte im Sortiment hat. Finde ich ganz nice. Die hat hier so einen Noppen vorne dran. Na, das ist ein bisschen für die Kopfhaut zur Massage einerseits, andererseits, damit es nicht so piekst. Das finde ich eigentlich ganz gut. Meine sehr langen, sehr fizzeligen Haare verwurseln sich da oft drin. Ich habe tatsächlich auch mal eine Haarbürste in einem Tauschpaket gehabt, die ich richtig, richtig gerne mag. Die Wetbrush oder so ist das, die hat vorne gar nichts dran, ne? Die habe ich richtig gerne, die mag ich gerne, die verwende ich auch gerne. Und, genau, habe ich von Zara nämlich geschenkt gekriegt in dem Tauschadventskalender tatsächlich. Hier haben wir auch Kunststoff des bürsten Körpers aus nachwachsendem Rohstoff. Das finde ich auch ganz cool, ne? Also hier schon das erste Produkt aus der Box. Und es ist auf jeden Fall mit einem Silica-Beutelchen bestückt. Nein, es ist auf jeden Fall ein cooles Produkt, weil Haarprodukte, finde ich, haben wir gar nicht so häufig in den Beauty-Boxen drin, ne? Das ist mal ein bisschen nach hinten, dann seht ihr die Produkte, die in der Box drin waren, nämlich auch noch ein bisschen besser. Wir haben hier auch noch so Gutscheinhefte, Rabattcodes. Und das finde ich jetzt total witzig, weil das ist jetzt mal eine ganz andere Zeitschrift, die hier mit bei ist. Denn wir haben in diesem Umkarton nämlich die Box mit drin und dann meistens halt eigentlich so eine Couch oder so, so eine kleine Zeitschrift. Dieses Mal haben wir einfach genial abnehmen mit Brot und Kuchen. Also die zweite Ausgabe von 2021 kostet normalerweise 4,90 Euro. Das scheint so eine Kochzeitschrift zu sein, ne? Und sowas mag ich. Also das mag ich richtig gerne. Kann man sich so ein bisschen Inspiration holen. Hier sind Rezepte drin, Food-Inspos und so. Und das finde ich cool. Die besten Lebensmittel für Kinder, ne? Kann man gut gebrauchen. Doch, mag ich. So, Rampampam, Fününün, öffnen wir den Deckel, also nehmen wir den Deckel ab. In dem Deckel steht immer dran, du wirst schön. Und das ist eine wirklich, wirklich schöne Geschichte. Das mag ich immer gerne. Und das ist immer noch super schwer. Und hier werden wahrscheinlich auch nur noch vier Produkte drin sein, weil eins liegt da vorne ja schon. Wir haben ein Seidenpapier, was zugeklebt ist mit einem Klebe und zusammengehalten wird mit einem Rosaschleibchen. Und wir haben keinen Duft. Na gut, dann nicht. Dann mache ich jetzt mal so ein bisschen vorsichtig auf. Das hat ja nicht so gut funktioniert, hm? Genau. Und hier haben wir dann einmal das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und den ersten Blick in die Box. Und hier sehen wir schon, ne? Das ist schon gut gefüllt. Also das sieht hier nach, das sieht mir fast nur nach Full Size aus. Also wir haben von My New Hair Balance Everyday Shampoo Haar- und Kopfhaut. Das finde ich gut. Ich habe eine sehr empfindliche Kopfhaut aktuell. Da kommt mir das echt gelegen. Für ein normales, beschnellfettendes Haar mit Bambuskohle, Pflanzenextrakten und Präbiotika. 300 Milliliter sind hier enthalten. Du hast hier keine Silikone mit dabei, keine Sulfat-Tenside. Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs sind auch nicht mit drin. Also das ist vegan, steht ja auch vorne drauf. Keine synthetische Färbemittel. Finde ich nett. Also das kommt aus Bulgarien, die Marke. Die sagt mir auch was. Die hatte ich, glaube ich, auch schon mal in den Händen. Ich glaube, da hatte ich ein Haar-Styling-Produkt oder sowas von drin. Das ist auch ein ganz interessanter Deckel, ne? So ein kleiner Metalldeckel. Und das riecht wie ein Produkt aus dem Friseurbedarf. Also das passt auf jeden Fall zu dem Shampoo schon mal. Ach Quatsch, zu dem Shampoo vor allem, ne? Zu der Bürste. Ich bin trotzdem aber gespannt, was die Boxenpacker sich beim Packen der Box gedacht haben. Was kostet so ein Ding? 5,99 Euro. Das geht voll klar, ne? Hallo Pink Lady. Damit sind wir immer gemeint. Was die Zukunft bringt, kann keiner so genau sagen. Du möchtest trotzdem wissen, was wir in unserer Glaskugel sehen. Starke Frauen, die keine Angst davor haben, sich durchzusetzen, und ihre Träume zu verwirklichen. Die sich trauen, etwas Neues zu erschaffen, die zusammenhalten, füreinander einstehen und die Welt zu einem besseren Ort machen. Wir sind uns sicher, the future is female. Ja gut, starke Frauen, ne? Kannst du nie genug von haben, meiner Meinung nach. Solange es keine Zicken sind, es sind starke Frauen schon mal ganz toll. Übrigens, wenn ich an so dieses Sinnbild einer starken Frau denke, also wenn ich das so in den Kopf reinkriege, dann denke ich zum Beispiel an Frauen wie Frankas Favorites. Das ist für mich eine starke Frau. Contra Junkie ist für mich auch eine super starke Frau. Tam Tam Tara, ne? Die ist auch eine super, super starke Frau. Also das wären so auf YouTube die starken Frauen, die mir so direkt in den Sinn kommen würden. Ich bin keine starke Frau, Leute. Das mag hier vielleicht so rüberkommen. Ich bin aber keine. Ich bin vielleicht schlau und ich mache mein Kram ganz gut, aber ich bin nicht so stark. Mit dieser Pinkbox im Special Design möchten wir dein Selbstbewusstsein stärken und dich ermutigen, deine Weiblichkeit zu unterstreichen. Ist da was für die Hubies drin? Dann können die nach meiner Weiblichkeit mal ein bisschen suchen. Wir wünschen dir viel Spaß beim Testen der Produkte. Dein Pinkbox-Team. PS, am 8. März ist Frauentag. Lass dich gebührend feiern. Am 8. März hat meine Stiefmama in Spee Geburtstag und die wird dann immer gefeiert. Ja, ne? Genau. Genau, genau, genau. So, ne? Hier sind einfach noch so Produktinfos dazu abgebildet und jetzt kommen wir zu den drei anderen Produkten. Eins, was halt richtig groß ist, ist hier ein, 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 ne? Ist das ein Deo? Ja. Von Estoliver So Pure Deodorant Naturals Braver Purisateur 75ml. Das ist cool, oder? Und das ist eine Glasflasche. Ich dachte erst, das wäre ein Parfum. Aber das ist ein Deo. Das ist nice. Also, edles, edles Deo. Wirklich. Warum? Warum? Kann auch so machen, ne? Das riecht wirklich nach dem Parfum tatsächlich. Läuft bei mir, ne? Und wenn schon, denn schon. Kein Produktverschwenden hier. Ne, das mag ich wirklich. Fühlt sich sehr frisch an. Ich mag das auch gerne, wenn du halt Deos in diesen Glasflaschen drin hast. Ich finde es nachhaltiger, als wenn man das in Plastikflaschen oder in Aluminium. Sprayflaschen drin hast, ne? Das ist einfach besser produziert, meiner Meinung nach einfach. Und deswegen finde ich es cool. Und das kommt jetzt auch in meine Anwendung. Ich hoffe auch, dass es wirklich genauso gut schützt, wie es riecht, ne? So. Jetzt haben wir was für die Haare doppelt. Und wir haben was für Spray-Deo. Und das hier ist jetzt Aloe Vera von Enzborn. Premium Gel. 90% reine Aloe Vera. Spendet intensiv Feuchtigkeit. Sowas kannst du für den ganzen Körper nehmen. Wohltuend bei gereizter Haut. Nach der Resur und dem Sonnenbrand. Also, jetzt mal ohne Witz, ne? Aloe Vera Gel ist auch ein Allrounder. Ob du das jetzt nach dem Sonnenbrand dir aufgibst, ob du dir das nach dem Rasieren aufgibst, ob du dir das einfach auf furchtbar trockene Haut aufgibst, das hilft voll. Und das scheint mir auch irgendwie sowas sein, was man auch in der Apotheke kaufen könnte. Kompetenz dermatologisch getestet für die Haut. Ja, läuft, ne? Das ist nett. 90% ist auch nicht wenig. Ich weiß, dass viele sich auch extra so ein Aloe Vera Gel holen. Man kann das sogar für... Also, du kannst Aloe Vera auch überall mit reinmischen. Und es riecht auch gut. Ich mag Aloe Vera vom Dufth her gerne. Wir hatten eine Aloe Vera bei uns stehen. Sie war wunderschön. Aber sie ist zu groß geworden. Dann habe ich sie umgetopft und dann habe ich sie nach draußen gestellt. Und dann kam der Winter und jetzt ist sie leider hin. Aber ist gut, ne? Schön frisch. Jetzt hatten wir eine Aloe Vera. Aber ist nicht schlimm. Bei uns wächst und gedeiht halt alles hier im Haus so wie bekloppt, ne? Die werden eher noch viel zu groß gepflanzen. Jetzt habe ich hier das letzte Produkt mit drin. Und das ist ein dekoratives Kosmetikprodukt. Und zwar von Love. Matt Devotion Non-Transfer Liquid Lipstick in der Farbe 750 Unconditional. Das ist dieser hier. Der kommt in meinen Full-Face-Beauty-Boxen mit rein. Ich bin eigentlich kein Fan von Liquid Lipsticks oder von matten Lippenprodukten. Sieht man bei mir halt auch sehr, sehr selten. Ich habe halt eher so ein Glossy-Gedönsen drauf oder so, ne? Ja. Aber das ist eine schöne Farbe. Das ist eine tragbare Farbe. Und diese Farbe ist halt auch ähnlich wie der Gloss, den ich aktuell drauf habe. Das ist von Avon. Irgendwie so ein Gedönsen, was ich hier drauf habe, ne? War auch mal in der Beauty-Box drin. Weil der halt auch so einen Graustich mit drin hat. Und wenn Lippenprodukte so einen Graustich oder einen bläulichen Stich mit drin haben, erscheinen die Zähne immer ein bisschen weißer, ein bisschen heller, ne? So ein kleiner Trick. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz nice. Und den werde ich mit austesten. Ich sammle ja immer die Produkte aus den ganzen Beauty-Boxen, die bei mir so einziehen. Und am Ende des Monats drehe ich dann Schminkie dazu. Jetzt Justmin, gerade habe ich das erst für Februar abdrehen können, weil noch nicht alle Boxen bei mir da waren, ne? Deswegen hat das ein bisschen gedauert. Aber jetzt habe ich hier gerade die März-Box, Pink-Box, mir angeschaut. Und ich muss sagen, sie hat mir gefallen. Also, war Wawoom-Produkt hier mit dabei? Schon. Also für mich persönlich ist das Wawoom-Produkt das Deo. Tatsächlich, ne? So simpel so ein Produkt auch sein mag. Für andere ist es das Haarprodukt oder eins der beiden Haarprodukte. Für noch eine andere ist es wahrscheinlich das dekorative Kosmetikprodukt. Ja, solche Beauty-Boxen sind ja auch immer so ein kleines Glücksspiel. Ich finde es aber immer ganz nice, mich jeden Monat überraschen zu lassen und zu schauen, was die Boxenpacker sich dabei gedacht haben, als sie so eine Box gepackt haben. Das Motto finde ich passend. Die Produkte finde ich auch wo passend für das Motto. Also schon, ja, starke Frauen-Motto ist, habe ich schon bei anderen Unboxings gesagt, ist super schwer umzusetzen. Wie willst du das umsetzen? Kannst du mit Pflegeprodukten machen, kannst die Haare stärken, du kannst alles stärken. Du kannst den Duft schön machen, ne? Aber schwieriges Motto. Ich finde aber trotzdem, dass die Box cool ist und für 13,45 lohnt sie sich auf jeden Fall, denn wir haben hier coole Produkte drin, die einfach Freude machen. Und ich werde, ich glaube, sogar wirklich alles davon behalten. Das passiert nicht häufig. Aber, ja, ich finde sie alle brauchbar. Und wenn ihr dieses Video brauchbar fandet, vielleicht, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir das sehr, sehr gerne. Einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!